So, weiter geht's heute mit einer Folge auf Dragon Crusade wieder. Ich habe ja gesagt, ich will das Ganze ein bisschen abwechseln und so. Ich habe es allerdings auch wieder vergessen. Und ja, heute finale Run im Dramnok. Die Run sind prerecorded. Das heißt, ich weiß, was passiert. Und ich habe jetzt natürlich auch genau die Folge genommen, die jetzt auch wirklich interessant ist. Und genau, ihr werdet gleich sehen, warum. Wir trauten mich heute was ganz was Besonderes. Was sehr begehrenswertes. Ähm, für einen Chester. Und, ähm, ich meine, ihr wisst ja, ich bin ja schon so ein bisschen, ähm, seit längerem ein bisschen heiß drauf auf das Ding. Und, ja, also auf alle Fälle, äh, das heißt, kein Dramnok mehr. Wir könnten hier wirklich das schon weiterleveln. Ähm, okay, ich habe noch immer nicht genau geschaut, was bei der Decayens Media da ist, was man da machen kann. Ähm, irgendwer hat jetzt gesagt, äh, ich glaube, Dani oder irgendein Spieler oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, gibt's auf alle Fälle, auf alle Fälle, schauen wir noch irgendwie was, was cooles, was man machen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man da gicken kann oder leveln oder farmen. Keine Ahnung. Ähm, ja, auf alle Fälle muss ich sagen, äh, das war jetzt hier eigentlich echt ziemlich entspannt. Also, wenn man jetzt drei Runs braucht insgesamt, also drei erfolgreiche Runs, sagen wir mal so. Das heißt, äh, den ersten Run haben wir ja ons, äh, on-Video gemacht. Den zweiten, der war jetzt off-screen. Und das ist ja auch schon der dritte. Das heißt, äh, da waren jetzt keine 500 Runs dazwischen oder so. Ähm, im Beginn am Modus trappen halt eben, wie gesagt, ziemlich viele von diesen, naja, nicht viele, aber halt zumindest recht regulär diese, ähm, seiengebundenen Waffen. Und, ja, das ist eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ansonsten, ich, achso, ich hab's gerade rausgeschnitten, das war ein bisschen dumm. Ähm, ich hab vorher noch die Power-Ups gekauft und ich muss echt mal sagen, das ist so geil hier auf Drangle Sale. Du kannst dir halt einfach wirklich, ja, das ist so entspannt. Ich meine, du musst nicht extra irgendwo hinlaufen oder so. Du kannst prinzipiell eigentlich, ähm, du, du kannst das Ding drauf machen, diesen, diesen Shop, äh, dieses Shop Interface, oder diesen Shop Guider, oder wie heißt das Ding? Item Finder, glaub ich, heißt oder so, oder Item Viewer, keine Ahnung. Oder Shop, Shop Search, oder wie auch immer. Ähm, und kannst einfach dein Zeug raussuchen und mit Premium kannst du es einfach auch direkt rauskaufen, was also wirklich so entspannend ist. Ich meine, wenn du gerade vor Olocap stehst und dir so denkst, fuck, ich bräuchte irgendwie ein Power-Up für Text, äh, für Lauf-Speed, machst das Ding auf, kaufst raus, direkt, fertig. Also muss ich sagen, gefällt mir wirklich ziemlich gut. Und ich glaube, ich hab's damals nie wirklich genutzt, weil ich halt immer so ein Typ bin, der hat zwar vielleicht Premium im Inventar liegen, aber er nutzt das halt einfach nie. So. Das ist halt immer so diese, diese Sache dann, und, äh, ja, hab ich halt irgendwie bis dann verpennen oder so. Aber, wie gesagt, richtig geiles Feature und, äh, gefällt mir wirklich gut. Also das ist wirklich, ähm, ja, das ist Quality of Life, wie man sich im Prinzip vorstellt. Also finde ich, finde ich nett. Und, ähm, ja, ich meine, die kosten halt nicht mal viel. 50 Stück kosten, glaube ich, eine Million oder so. Also ich glaube, oder wie viele haben die kosten? Ich glaube, 20k each, also eine Million, ja, für 50 Stück. Und, ähm, das ist halt schon geil. Das ist schon wirklich richtig gut. Also, ähm, Ja. Ich kann nichts Negatives sagen drüber eigentlich. Und ich muss eigentlich sogar sagen, ähm, wenn man sich so ein bisschen, ein bisschen dran gewöhnt in das Ganze und sich ein bisschen angespielt hat und so, hat schon was. Also, ähm, kann man, kann man auf alle Fälle empfehlen. Und ich meine, ich war zwischendrin mal so ein bisschen, es gab eine Zeit, sagen wir mal so, da war ich so ein bisschen skeptisch, wenn man so gedacht hat, okay, ähm, Dragon Crusade, was ist das und so. Und ich habe so noch von damals in Erinnerung, da war halt das einzige Feature gefühlt, das war es aber halt mit Sand. Ja, genau. So war das halt irgendwie so gefühlt damals. Und halt ein paar Custom Maps und das war es halt dann. Und ich meine, klar, ist natürlich ein bisschen, ein bisschen primitiv, wenn man so denkt, weil es halt einfach schon Ewigkeiten hier ist. aber, ja, keine Ahnung. Was ich sagen kann, auf alle Fälle momentan oder mittlerweile ist es eigentlich echt ziemlich cool. Und, ähm, man sieht jetzt auf alle Fälle auch, dass die halt ziemlich hart dran arbeiten, äh, am Server. Und, äh, ja, das ist schon, schon ziemlich gut auf alle Fälle. Ja, jetzt mache ich was, was vielleicht ein bisschen dumm ist. Ähm, Erwecken. Das Jojo momentan Erwecken ist natürlich echt nicht so schlau. Oder damit anfangen, ist nicht so schlau, sagen wir mal so, weil das Ding hat, oder weil das Zeug hat einfach wirklich unmehr gekostet. Ich meine, zumindest jetzt halt noch. Aber, äh, ich dachte mir so, okay, du brauchst irgendwie eine Weckung drauf, okay, Attack Speed. Weil, ich habe gesehen, Attack Speed leidet halt wirklich ziemlich unter dem Jojo und das ist halt gar nicht mal so cool. Müssten wir mal schauen, wie wir es irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, ja, 11% Attack Speed. Ja, gut. Ich meine, wenn der Ringmaster 75 ist, dann haben wir Attack Speed, glaube ich. Außer dem Attack Speed entfernt, dann haben wir ein Problem. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich meine, schauen wir einfach mal. Sonst müssen wir nochmal entwecken gehen oder so. Ähm, klar, wie gesagt, ich meine, es geht momentan, was ich ein Geld raushauen, was ich auch für das 80er-Equipment raushau. Ich weiß, das ist, so im Nachhinein war es nicht so schlau. Ich habe mir gedacht, so, ja, einfach irgendwelche Erweckungen, die halt zumindest so ein bisschen in den Sinn halt haben. Also, so, so, ja, ihr wisst schon. Und, naja, in Flife ist es halt so, das kann entweder direkt kommen, oder du bist halt dann ein bisschen beschäftigt, mal so, fünf Scrolls, zehn Scrolls, dann gehen wir mal zwanzig Scrolls raus, dann gehen wir mal dreißig raus. Also, wie die Galle hat die jetzt natürlich gar nicht, aber, ja, im Endeffekt habe ich dann doch einiges Scrolls genutzt und ein bisschen zu viele, wenn ich ehrlich bin. Und, klar, am Schluss ist es immer schlauer. Ich kann auf alle Fälle nur sagen, so, hm, ja, es wäre um einiges intelligenter gewesen, hätte man es vielleicht einfach das Ganze nicht genutzt und nicht so rausgespammt, wäre jetzt sinnvoller gewesen. Aus finanzieller Sicht. Lieber dann Restaurant kaufen, oder 105 sogar, 105, das habe ich sogar schon mittlerweile, äh, hat mir irgendwo, irgendwer hat mir das zugeschickt, irgendwann, ich überlege gerade, wann das war. Keine Ahnung. Ich glaube, nachdem ich das Video, welches nie existiert hat, geüploadet habe, irgendwie so in einem, so in einem Dreh war das, keine Ahnung, weiß nicht genau. Und, äh, ja. Genau, nachdem ich jetzt hier ein bisschen was gemacht habe, am Equipment, ähm, kann man auch mit Daily Dungeon machen. Ich habe keine, also ich weiß, dass der damals irgendwie relativ, relativ heavy war, aber, wie man hier sieht, ähm, also, zuerst, als allererste Mal Damage, richtig geil. Ähm, und dabei ist das hier auch noch nicht mal gelovellt, irgendwie. Von dem her, äh, das andere hat, glaube ich, 28% PvE Damage gebracht, das ist aktuell wirklich plus Null, oder bringt plus Null, sagen wir mal so. Und, ja, das ist halt schon nicht bad. Das ist schon ziemlich gut. Ich meine, man kann im Prinzip den PvP-Schaden, der kommt nicht draufrechnen, also hier plus 28% drauf. Und, ähm, oder rechnen wir vielleicht mit nur einen Viertlose drauf. Ich meine, wir machen jetzt aktuell 40k. Es ist halt, ich glaube, letztens haben wir 40k gemacht, oder knapp 40k mit dem alten Jojo. Und das hat eben diesen Effekt schon drauf gehabt. hat nochmal ein Viertel mehr. Ist halt schon ziemlich geil dann. Und, ja, wie gesagt, ich will mir so nicht zu sehr da reinsteigen und so. Und, wie gesagt, Attack-Speed ist natürlich aktuell auch noch unten. Und ich weiß auch nicht genau, ob hier, äh, GT wirklich Attack-Speed bringt. Auf irgendeinem Server war es nämlich so, dass das kein Attack-Speed gebracht hat. Aber wie gesagt, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, welcher das das war. Irgendeiner war es auf alle Fälle. Wenn es Dragon Crusade war, dann haben wir Probleme eventuell. Und ansonsten, ja. Ja, müsste man mal schauen. Genau, also die Dinge waren jetzt ziemlich schnell down irgendwie. Level 100 wollte ich jetzt nicht anfangen, weil das wäre halt irgendwie ziemlich dumm. Also, das kriegen wir ja nie down. 20 Level drüber hat es dann nicht mehr ein Damage-Break. Und von dem her, äh, ne, macht keinen Sinn. Also, wenn man sowas macht, dann muss es schon lohnen, dass man wenigstens Schaden macht. ja, ein anderer machte keinen Sinn, für mich. Genau, ähm, ich dachte, man muss klicken, ähm, für die Ringe. Ich habe nicht, ich war mir genau sicher, ob hier, äh, Green Monk, äh, auch die Molz traupt. Ich habe dann mit der Zeit gemerkt, okay, ihr traupt keinen den Molz, äh, weil ich noch diese komischen, äh, Black Earrings habe. Und dachte mir dann so, ja, hm, vielleicht, oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, ich glaube, die, äh, die Darkon 1 Monster traupt mir, glaube ich, auch nur, also diese Flieger, Flieger zwischen, Flaris und Darkon 1, die traupt mir, glaube ich, nur Black Earrings bis, plus 13, bis 19 oder so. Und die Molz, glaube ich, traupt halt, gefühlt fast gar keiner. Oder? Also, ich meine, das Clockworks ist klar, aber, ich kann mal nachdenken. Alter, ich habe schon so lange nicht mehr hier Wunderdorf Live gespielt, das ist gerade das Schlimme. Traupt irgendein Monster, diese Ringe? Die Molz, die Molz, die Molz. Meufwäcker, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, es gibt aus dem Clockworks keinen. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, auch nicht ganz sicher, also ich kann mich täuschen. Keine Ahnung. Genau. Ja, Weapon Level 1 habe ich gerade schon gesehen. Das heißt, ähm, Weapon Level 1 haben wir erreicht. 27 Level to go? Ne, warte mal, 27, 27 Level waren 27 Prozent. Also, ich meine, 28. 28. 28.